Ein Bauherr braucht einen sicheren Grund mitfühlende Kollegen einen freundlichen Bankberater ein robustes Fahrzeug und eine belastbare Ehe Ich glaube, es ist schon wieder die Sicherung gegangen Ihr habt weggelegt, oder? Das mit euch am Haus wird ja nix Wieso? Der Herbert arbeitet doch eh wie ein Viech Eben Düringer baut Das ist jetzt aber nicht wahr Das ist ja nicht mehr Sportliche Rente essen, so will ich schwitzen Die wirst du schleifen müssen Aber nicht mit dem Schleifpapier Mit dem Caterpillar, das geht schneller Ich meine, wir sollen das alles zahlen Sicher eine berechtigte Frage, Herr Gritzel Nicht mit mir, Herr Schaub Häuslbauer Sterben langsam Sie finden das lustig, ha? Roland Düringer in Hinterholz 8